Herzlich Willkommen zu Ghost of Tsushima, Duale auf dem Spiegel des Heiligen Lichts. Wir werden jetzt gegen Kojiro kämpfen. Gehen. Ich habe tausend Männer getötet. Jeder Tod ein süßer Genuss. Der Musikant hat recht. Ihr seid ein Dämon. Ach, Mann, nee. Weder Dämon noch Geist. Nur ein Mensch. Der ist echt übelst gut und schnell. Welch eine Enttäuschung. Oh, Mann, ey. Und ich hatte noch ein Ding. Oh, das war ein Arschtritt. Ich habe tausend Männer getötet. Jeder Tod ein süßer Genuss. Der Musikant hat recht. Ihr seid ein Dämon. Oh, das war... Welch eine Enttäuschung. Ich habe tausend Männer getötet. Jeder Tod ein süßer Genuss. Der Musikant hat recht. Ihr seid ein Dämon. Ich habe dich. Ich habe dich, Junge. Seid ihr derjenige, der mich töten wird? Auf jeden Fall. Der Typ ist übel schnell. Der Typ ist übel schnell. Aber ich werde es schaffen. Der Typ ist übel. Der Gegen so schütte Sto. Oh, Mann, Mann. Das ist ein hurtig. Der Typ ist übel. Und wenn du da hast, fragst dich. Der Typ ist ein Dämon. Oh, Mann. ich habe tausend Männer getötet, jeder Tod ein süßer Genuss. Ich hab dich. Weder Dämon noch Geist, nur ein Mensch. Was schützt mit den Katzen los? Jetzt. Konzentration. Ich habe tausend Männer getötet, jeder Tod ein süßer Genuss. Du, die Katze hat recht. Ihr seid ein Dämon. Alter, komm los! Steh auf! Oh Mann, nee! Es ist wirklich nicht einfach. Ich habe tausend Männer getötet, jeder Tod ein süßer Genuss. Der Musikant hat recht. Ihr seid ein Dämon. Aber ich bricht es. Bricht es? Seid ihr derjenige, der mich töten will? Ich hoffe. Ich hoffe. Ich bin der Missbrauch. Ich bin der Missbrauch. Ich bin der Missbrauch. Es geht ihm her. Ich bin der Missbrauch. Alter, das wird schwer. Alter! Weder Dämon noch Gast. Nur ein Mensch. Das gibt's nicht. Das war echt knapp. Ey, wenn ihr hier seid, das wird echt ein Hammerkampf. Das wird euch Spaß machen. Ich habe tausend Männer getötet. Jeder Tod ein süßer Genuss. Musikant hat recht. Ihr seid ein Jumann. Musik. Wir müssen schon mit einem Schlag, aber da gehen. Musik. Seid ihr derjenige, der mich töten will? Ich hoffe. Welch eine Enttäuschung. Das war knapp wieder. Es ist immer minimal. Ich brauche noch vielleicht einen. Alter! 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 Ich habe tausend Männer getötet. Jeder Tod ein süßer Genuss! Jawohl, die Kranz hat recht. Ihr seid ein Dämon. Ich habe das Töten schon lange nicht mehr so genossen. Es ist nicht einfach. Komm, los. Ich habe das Töten schon lange nicht mehr so genossen. Oh Mann. Es ist... Wir machen auch schlecht den Fehler. Aber ich muss jetzt das durch. Ich habe das Töten schon lange nicht mehr so genossen. Ich habe tausend Männer getötet. Jeder Tod ein süßer Genuss. Der Musikant hat recht. Ihr seid ein Dämon. Ich habe seine Dämon. Seid ihr derjenige, der mich töten wird? Ist es das, was ihr wollt? Welch eine Enttäuschung! Ich muss das einfach schaffen. Ich bin ein Dämon. Das ist übelst schwer. Ich habe das Töten schon lange nicht mehr so genossen. Ich muss das jetzt besiegen. Ich muss das jetzt besiegen. Ich habe das Töten schon lange nicht mehr so genossen. Ich habe das Töten schon genossen. Ich habe tausend Männer getötet. Jeder Tod ein süßer Genuss. Die Kante hat recht, ihr seid ein Dämon. Dieses Attacke, die kann ich nicht abwehren. Ich habe ihn abgewehrt. Aber das ist nicht einfach. Seid ihr derjenige, der mich töten wird? Ich hoffe. Guck mal, das kann ich nicht abwehren. Schon wieder, wir sind am Ende. Kurz vor Ende. Er hat mich wieder gestärkt. Ich habe das Töten schon lange nicht mehr so genossen. Alter, ich brauche nur ein bisschen mehr Kraft, dann kann ich gewinnen. Aber immer an der gleichen Stelle erwischt er mich. Ja, ich bin dazu. Ja. Ich habe tausend Männer getötet. Jeder Tod, ein süßer Genuss. Der Musikant hat recht. Ihr seid ein Dämon. Weder Dämon noch Geist. Nur ein Mensch. Das weiß ich doch. Das weiß ich doch. Das weiß ich doch. Ich habe tausend Männer getötet. Jeder Tod, ein süßer Genuss. Musikant hat recht. Ihr seid ein Dämon. Ich glaube, ich schaffe es. Das weiß ich diesmal. Nicht. Seid ihr derjenige, der mich töten wird? Ist es das, was ihr wollt? Ich bin nicht tot. Nein, ich bin tot. Weder Dämon noch Geist. Nur ein Mensch. Ich flipp aus, Alter. Ich flipp aus. Immer kurz, da. Okay, diesmal war ich ein bisschen länger. Musikant hat. Ich habe tausend Männer getötet. Jeder Tod ein süßer Genuss. Der Musikant hatte recht. Er hat mich wieder. Weder Dämon noch Geist. Nur ein Mensch. Jetzt. Ich hasse das. Boah. Ich habe tausend Männer getötet. Jeder Tod ein süßer Genuss. Der Musikant hatte recht. Ihr seid ein Dämon. Seid ihr derjenige, der sich töten wird? Ist es das, was ihr wollt? Geist. 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 endlich endlich oh mann war das ein kampf es war ein kampf das war ein harter kampf so ein kampf hatte ich bis jetzt noch nie und es ist krass und ich habe jetzt eine rüstung oh mann das war ein harter kampf das war echt ein harter kampf wer das jetzt gesehen hat das war echt schwierig ich muss nur loben der tüpperte echt viele also der war echt übelst stark aber ich habe es endlich geschafft ich laufe jetzt hier ein bisschen rum und guck mal nach was hier so gibt aber meine güte das war echt hart ich bedanke mich nochmal rechtzeitig dass ich das hier zugeschaut habe das ist echt eine schwierige kampf gewesen aber ich habe es endlich jetzt geschafft und habe auch noch viel mehr dazu gelernt aus der höhle raus zu sein ist auch eine erleichterung ich gehe mal kurz duschen ich gehe mal kurz duschen ich gehe mal kurz duschen okay da kann man hoch anscheinend okay da kann man hoch anscheinend ja ich gehe mal kurz ich gehe mal kurz es ist es ist es ist es ist es ist ich Dann klettern wir mal hier hoch und laufen die ganzen Dinger durch. Achso, hier ist was. Band des zweiten Sohnes. Eine schöne Landschaft. Wo ich so ein paar Posen mache. Wo ich später bei Instagram posten kann. Also Jungs, ihr könnt mich. So. Bei Instagram könnt ihr mich verfolgen. Bei Twitch könnt ihr mich verfolgen. Ihr könnt mich auch über YouTube verfolgen. Hier natürlich und könnt ihr bestimmte Sachen von mir sehen. Gibt es vielleicht irgendwo nochmal was zum holen? Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.